Unsere nächsten Gäste zum Beispiel, die kommen aus dem Mühlviertel. Das liegt ganz im Norden der Alpenrepublik und in Oberösterreich. Und dort kommen unsere drei nächsten Gäste her. Sie nennen sich die Wahnsinns-Drei. Ja, ein Stier, ein Fisch und ein Skorpion. Also die Sternzeiche versprechen schon mal einiges. Und auch ihr Lied, Auf der Alm, da gibt es keine Sünde. Hier sind die Wahnsinns-Drei. Jo, von der Hände! Liebe Freunde, wir brauchen die Hände! Hopp, hey, aui! Super! Wenn in der Früh der Wecker läuft, dann weiß ich, es ist wieder so weit. Ich muss rauf, rauf, rauf auf die Alm. Die Sonne scheint, der Bergschuh sitzt. Die Luft zu rein, das ist ein Hit. Ich muss rauf, rauf, rauf auf die Alm. Jetzt geht's aber los, oder? Auf der Alm, auf der Alm, da gibt es keine Sünde. Wollen wir gemeinsam singen? Auf der Alm, auf der Alm, wo die Madeln locker sind. Ihr seid die Besten! Auf der Alm, auf der Alm, ganz oben bei der Senderin. Auf der Alm, auf der Alm, in der Hütte drin. Beim Spazieren auf die Alm, kann es sein, dass ich manchmal träum. Ich muss rauf, rauf, rauf auf die Alm. Ich muss rauf, rauf, rauf auf die Alm. Ich muss rauf, rauf auf die Alm, in der Hütte drin. Ich muss rauf, rauf auf die Alm, in der Hütte drin. Ich muss rauf, rauf auf die Alm, in der Hütte drin. Auf der Alm, auf der Alm, die ganz oben bei der Senderin. Auf der Alm, auf der Alm, in der Hütte drin. Dankeschön. Auf der Alpen, da gibt es keine Sünde, und zwar im Sommer nicht und im Winter auch nicht. Die Wahnsinns-Trennen, meine Damen und Herren.